Hier unsere neue Systembohrtreppe. Wie Sie sehen können, ist die Konstruktion doch sehr stark abweichend von unserer bisherigen Systemtreppe. Der größte Vorteil ist nun, dass wir hier eine wesentlich verringerte Verletzungsgefahr an der Treppenunterseite haben und durch die vereinfachte Konstruktionsweise können wir auch die bisherigen Preise noch eine ganze Weile beibehalten. Von der Belastbarkeit und bezüglich des Gewichts ist die neue Konstruktion in etwa vergleichbar mit der bisherigen. Insgesamt denke ich, dass wir hier ein schönes neues Produkt geschaffen haben und dieses ist auch ab sofort für Sie verfügbar.